Robin und auch Brooke wurden enttarnt. Was sollen wir tun? Es hat keinen Sinn mehr, sich zu verstecken. Lass uns sehen, dass wir hier wegkommen. Verstanden, Shinobu. Onami! Du hast mich gerettet. Danke, Shinobu. Nicht zu danken, Onami. Wer ist der Kerl? Ein Ninja? Weiß Stück. Du wurdest eben beim Namen Shinobu genannt, richtig? Du bist doch... Hanzo! Du bist doch am Leben, du männerverführende, betörende Kunoichi. Die Männerschlechterin, Shinobu. Du hast mich also ertappt? Nein, hab mich wohl verguckt. Vergiss es einfach. Du kunst mich mal! Ninja-Kunst! Eier zerschmetterer! Ist das wirklich ein Ninjutsu? Nein, 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 nein Untertitelung des ZDF, 2020